nicht wirklich was hier in der nähe ist ich weiß nur der strand ist da hinten und die klippe ist auch hier ein bisschen in der nähe aber was genau hier alles in der nähe ist habe ich keine ahnung ich wollte eigentlich dass der baum jetzt woanders runter fliegt aber okay und das schöne dran ist weil mir jetzt ein bisschen bäume gefällt haben können wir auch gleich unsere achs mal ein bisschen verbessern das heißt 1 2 3 4 wie viel zähne haben wir eigentlich oh wir haben nur zwei zähne haben wir okay wir haben sie trotzdem verbessert das schon mal ein bisschen nicht schlecht aber wie gesagt wir werden noch genug zusammen kriegen definitiv warum wir uns überhaupt keine gedanken zu machen so oder die sammeln wir auch gleich ein weil die brauchen wir ja auch so ein scheiß dann würde ich sagen wir bauen auch noch zwei baumstimme also wir bauen jetzt noch schnell noch was anderes weil ich gerade sehe dass unsere ausdauer ein bisschen rüber geht oder sehr schnell runter geht aber wir so viel wie möglich an einem tag schaffen wollen komm komm fall na komm fall in die andere richtung brav jawoll schönes ding so nämlich wir bauen noch schnell moment wir bauen noch schnell eine bank hin die bauen wir einfach mal die platzieren wir einfach mal hier so zack dann nehmen wir mal schnell zwei holz wir brauchen dafür nämlich nur zwei holz oder auch nicht brauchen mehr ich weiß nur im korb haben wir nur zwei gebraucht ach so der hat alles klar okay der hat das auf das ding gebaut okay egal sodala dann weiter geht's hauen wir uns halt noch schnell eine soda rein zack zack und noch was zu essen haben wir auch erstmal volle energie so das ding haben wir schon mal erledigt das brauchen wir auf jeden fall dann haben wir hier zwei baumstämme hier oben uns auch schnell so dann am nächsten baum fällen ja im single player dauert das ein bisschen länger wenn ich das korb spiele geht alles ein bisschen schneller ja klar wir können dann doppelte menge schaffen aber wie gesagt im single player dauert das ein bisschen aber okay ist halt leider so jetzt habe ich gerade das sind die orientierung kurz verloren okay hier in kurz weiter geht's nächsten baum ich hoffe die tauchen jetzt hier nicht einfach so auf oder so dann haben wir hier baumstürmen dann haben wir hä wo sind die anderen jetzt hin verschwinden jetzt auf einmal oder was na die werden schon irgendwo liegen denke ich mal was ich noch bräuchte was jetzt zum beispiel wichtig wäre weil ich ja hunger habe auch noch das sind auch noch zwei wäre ein feuer und da bauen wir uns dann ein größeres feuer dann brauchen wir noch drei steine die kriegen wir auch noch hier das ist ja doch kein problem weil nach getaner arbeit müssen wir ja noch was essen ich hoffe immer dass ich den irgendwie so darüber krieg dass ich immer so ungefähr weiß wo der ist und wenn wir steine finden dann müssen wir die auch gleich mal wieder aufsammeln ich sage steine sind immer wichtig so hier haben wir früher gab es ja auch einen bug da hättest du schneller aufbauen können da hast du drei also zwei holz genommen aufeinander gestapelt und dann hast du ein anderes holz angeguckt und dann immer die ganze zeit e gedrückt e e e e e e e und ja das geht nicht mehr das haben sie raus gefixt was ich auch gut finde aber wie gesagt früher konntest du es dann alles viel schneller aufbauen das war ein bug und den bug hat man früher öfters mal ausgenutzt um schneller bauen zu können dann wäre das alles in ein paar sekunden fertig gewesen aber wie gesagt den haben sie raus gefixt was ich natürlich gut finde weil im prinzip ist es natürlich sehr gut wenn wir die bugs natürlich nicht ausnutzen und so ist es natürlich besser weil so tun wir ja natürlich um unser überleben kämpfen klar komm schon komm schon komm schon so eins zwei ja manchmal verliere ich ein bisschen die orientierung so 28 noch vier stück bräuchten wir so feuer können wir auch mal schnell machen so dann zack lizard raus rein damit äh geht gut und das moment warten solange können wir mal auf der bank platz nehmen und seht ihr was ich meine an der seite die blaue leiste da geht die ausdauer hoch wenn wir nur auf der bank hocken und uns ausruhen und das ist natürlich super klasse wunderbar finde ich spitze mäßig so jetzt müssen wir mal wieder zum feuer gucken weil ich glaub mein ja mein lizard ist schon fertig gut dann weiter gehts nächstes schauen wir was da unten ist das sind lauter holzdinger von uns aber ich will nicht so gerne an den strand laufen aber ich will das ding auch noch fertig kriegen vor es nacht wird deswegen hoffe ich immer dass ich den bomb da rüber stumpen kann so 31 32 ist fertig cool also das hätten wir schon mal so bauen wir noch zwei sticks die kriegen wir auch noch hin vor es dunkel wird so und jetzt ist halt das schöne daran das kann ich euch jetzt mal zeigen wenn wir hier jetzt hochklettern so ein paar hoch sieht zwar lustig aus jetzt mit dem baumsturm hier aber ist ja egal wenn wir hier jetzt oben sind dann kann uns nichts passieren also da können die ureinwohner kommen wie sie wollen und uns passiert hier überhaupt nichts und wir haben hier unseren ja safe game und schlafen und so weiter haben wir auch alles hier wenn wir hinkommen heißt ja also von daher richtig cooles ding so dürfte uns eigentlich nichts passieren also ein baumhaus ist wirklich praktisch und sehr gut finde ich zumindest und das ist was wo ich sagen kann ich bin hier safe das ist schon mal für mich sehr sehr gut so als sechstes würde ich sagen bauen wir einmal das hier wenn jemand nicht weiß was das ist das ist für die hasen also dass wir hasen hier sammeln können so das bauen wir mal hier können wir es abbauen so das ist auch ab und zu so ein bug dass es nicht geht ok dann bauen wir das ganze halt nochmal und jetzt geht's komischerweise war uns da drüben hin oder oder ne ich pass hier hin so und ihr seht schon es wird langsam ein bisschen dunkel eine falle hätte ich jetzt noch gern gebaut für die hasen ähm vielleicht kriegen wir noch genug sticks zusammen wenn auch genug auf dem boden liegen so dann bauen wir nämlich noch eine hasenfalle und wenn da hasen dann reingehen dann wäre es natürlich auch nicht schlecht für uns so sticks 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 wir haben hier einige rumliegen so 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 das hat man schon mal fertig dann würde ich sagen bauen wir noch eine hasenfalle die bauen wir dann sagen wir mal hier hin so mhm 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 ja die baue ich jetzt einfach mal hier hin dann was wir noch bräuchten wäre moment äh das ding hier ist cool das ist nämlich dafür gedacht dass wir unser fleisch dann trocknen und dann könnten wir nämlich getrocknetes fleisch essen und das ist dann natürlich viel schneller wie wenn wir jetzt die ganze zeit braten oder so das ist natürlich dann optimal gut und besser oh oh ach so ist nur die musik leute dann weiß ich wo wir sind wir sind in der nähe vom schwamen im see wo die schwäne dann im see sind ist eine gute nachricht dass ich weiß wo ich bin schlechte nachricht ist dass da in der nähe auch die oberanwohner sind also nicht gerade jetzt super tolle nachrichten so die können wir essen wunderbar ist unsere nahrung auch schon mal gesichert im moment so jetzt finde ich aber hier wieder keine sticks oder was so hier aber boah und ihr merkt es wird langsam auf einmal dunkel ohne ende so okay dann würde ich sagen tun wir die falle dann morgen machen ich hänge jetzt hier nochmal schnell lizard hin so dann das hier können wir auch hier hin hängen das hier können wir auch hier hin hängen das leMen dann und das zu